Hallo, grüß dich, schön, dass du wieder zugestellt bist, hier auf Roland Media am Kanal Mantrapreneur. Ich bin der Roland. Ja, Mantrapreneur steht für Menschen, die das tun, aber die im Einklang mit der Natur und mit anderen Lebewesen sind. Das heißt einfach, die etwas dazu beitragen, dass diese Erde und das Zusammenleben unter den Menschen schöner ist, aber nicht schöner im klassischen von im Außen nur schöner ist, sondern vor allem im Inneren schöner ist. Leute, die wieder lustvoller sind, freudvoller sind, glücklicher, erfüllter sind. Ja, wir haben zu Gast heute zum dritten Mal die Priska Maria Proese. Wir haben uns im ersten Teil unterhalten zum Thema Stille, Nullpunkt. Im zweiten Teil ging es um das Thema Sein in Reihenform und jetzt geht es darum, müssen wir die Welt retten. Spannendes Thema. Bleib dran. In der Zwischenzeit habe ich gemacht, Kanal abonnieren, das hilft dem Kanal. Natürlich, wenn das Video gefällt oder das Audio, wir machen ja beides, Video und Audio, gefällt. Ja, Daumen hoch und ich freue mich in den Kommentaren über deinen Beitrag. Also, bis gleich. Hallo, liebe Priska, grüß dich. Grüß dich, lieber Roland. Schön, dich wieder zu sehen. Ich freue mich auch, ich freue mich auch. Wir haben heute das Thema, müssen wir die Welt retten oder müssen wir die Welt nicht retten? Ich finde das ein total spannendes Thema. Wir haben uns ja schon vorab ein bisschen unterhalten, so, ja, viele glauben, sie müssen die Welt retten. Ich habe das früher auch mal geglaubt. Mittlerweile weise, nein, wir müssen nicht. Wir müssen nicht die Welt retten, nicht tausend Mails checken, wie Tim Bensko singt, sondern es geht um was anderes. Wie bist du auf das Thema gekommen? Du, das ist auf meiner Reise echt wichtig gewesen, weil ich hatte das auch so, so in mir, das Helferlein und die, es braucht jetzt genau das und das, um die Welt zu retten und nur das kann die Lösung sein und nur das ist die Lösung. Und ich bin dann echt, also wenn man, wenn das Ego so laut schreit und das quasi in einen reingibt, dann ist meistens auch das Ego, das sagt, okay, und du lernst es jetzt mal richtig. Und genau, also es war ein wundervolles Projekt, das wir da gemeinsam gestartet hatten, das eben so, es ist ja eh ein allgemeiner Begriff, in Richtung neue Erde geht. Und alleine das schon neu, etwas neu, nach meinem Finden ist immer alles irgendwie ganz ursprünglich, was wir sind. Und alleine da mit diesem neue Erde oder neu steckt ja schon eigentlich sowas drinnen und das muss ich sagen, da bin ich immer noch in dieser Aufklärungsenergie, da steckt Hoffnung drinnen. Und Hoffnung ist eine Energie, mit der die Kirche schon seit Jahrtausenden arbeitet und dir wie so eine Karotte hinhält. Wenn du das machst, dann bist du das und das, dann bist du erlöst, dann bist du befreit, dann bist du Gott, dann hast du Jesus oder dann bist du Jesuswürdig vielleicht auch noch. Und da habe ich echt ein Thema mit dieser Energie, mit diesem Spiel und da mag ich einfach super gerne und ich weiß, dass es auch mit dir passt, darüber zu sprechen, weil du selbst das auch kennengelernt hast für dich. Da kommt so eine innere heilige Wut in mir hoch, die sagt, nee, da müssen wir jetzt mal für klar Schiff sorgen und aufräumen und Klartext sprechen, dass es wieder die Hoffnung braucht, weil jeder ist dafür selbstverantwortlich, wie sein Leben ist und wie er sein Sein leben möchte. Und es braucht keine Retter und alles, was ich bisher erlebt habe, was irgendwie in Richtung Rettung gegangen ist, ist eigentlich schiefgegangen. Das war so die Erkenntnis. Also das erlernt dann irgendwie eine höhere Führung so, okay, du kannst den Weg gehen, aber dann kann das und das passieren und das ist auch meistens irgendwie schiefgegangen. Ja, die Retter-Energie, ich habe vor Jahren mal eine Ausbildung gemacht, über 20 Jahre, da ging es um das Dramatreieck, Täter, Opfer, Retter. Damals beim Roman Braun und bei Zwinatschi und da war auch für mich die Erkenntnis, der verschlimmert den Prozess, der ist der Retter. Ja, der aus dem Ego herauskommt und der vermeintliche Retter ist und eigentlich, der Retter ist ja auch jemand, in dem Moment, wo ich was versuche zu retten, heißt ja etwas ist nicht gut und dem Moment bewerte ich es ja auch. Das ist das, was mir nicht bewusst ist. In dem Moment, wo ich sage, ich habe ein Rettersyndrom, bin ich ja bewertend unterwegs. Absolut. Und genau das ist so, wie du sagst, gibt eigentlich, also macht es kontraproduktiv. Wir, indem wir, und da kommt auch gleich wieder dieses Thema Erde rein, wir glauben ja, wir müssen hier die Erde retten und Umweltverschmutzung und hier Greta Thun und so weiter und alles Mögliche machen. Und nein, also alleine, und da komme ich dann immer wieder auf die Energie, egal ob es eben ein Wesen ist, die Erde, ein Tier ist oder ein Mensch ist oder mein Kind ist. Wenn wir das den Wesen nicht zutrauen, dass sie das selbst hinbekommen, dass sie selbst in ihre Kraft kommen, dass sie selbst Verantwortung für das, was sie sind, übernehmen, dann kann das gar nicht funktionieren. Wie verschlimmern wir das eigentlich nur? Also da bin ich ganz bei dir. Das ist auch meine Erfahrung. Das ist eine schöne Herleitung vom Drama Dreieck. Ja, das kenne ich auch ganz gut. Absolut. Man nimmt alles weg. Retten ist nicht gut. Aber das ist auch ein Lernprozess ganz einfach, durch den man durchgeht, weil man glaubt, man tut was Gutes. Das ist eine Gutmensch-Geschichte, aber wollen wir jetzt politisch da nicht einsteigen. Aber das ist auch so die Erziehung. Jesus, der Retter. Also wenn man jetzt Sekten... Entschuldigung, ich will nicht mehr zu neidreden, aber Sektenmitglied ist. Für mich ist alles Sekte. Anyway, also es ist keine Bewertung, egal in welcher Richtung es kommt. Aber das ist ja schon... Man muss retten. Man muss retten. Man muss retten. Es gibt ja die Bergretter, es gibt die Rettung, es gibt die Tierrettung. Und das ist ja... Es ist nichts Negatives, aber das, was dahinter steht, ist eine Bewertung, ganz einfach. Abgeschlagen, glaube ich ganz einfach, dass... Also die Mama Erde, die Mama braucht uns ja nicht. Wir brauchen es... Können wir auch diskutieren, brauchen wir sie? Wahrscheinlich ja, in der Inkarnation als menschliches Wesen auf dem Planeten ja, klar, hängen wir davon. Aber ich glaube, das ist eben... Aber die Erde braucht uns nicht. Also die regeneriert sich wieder. Wenn sie uns abgestoßt... Also wenn es ja zu viel ist und uns abstoßt, hat es ja mit den Dinosauriern auch gemacht, so es dir je gegeben hat. Braucht uns nicht. Wir müssen die Erde nicht retten. Aber wir müssen uns selbst retten. Aber wie du sagst, in Eigenverantwortung. Also wenn retten, uns selbst retten. Ja, so ist es. Und was ich halt eben merke, ist... Du hast jetzt gerade auch nochmal die Kirche angesprochen. Es wird da einfach eben mit diesem Prinzip Hoffnung gearbeitet. Das heißt, da wird wirklich... Und es ist... Wir glauben, es ist eingepflanzt in uns. Und auch da mag ich gerade... Wir glauben ja die Geschichte, die uns erzählt wird. Wir glauben ja die ganze... Das... Keine Ahnung. Was vor 3000 Jahren... Wir glauben, dass die Weltkriege passiert sind. Ich mag da jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Und gleichzeitig... Wer sagt denn, dass das wirklich so war? Ja. Also wir glauben, diese Wahrheit, die uns erzählt wird... Wir wiederholen quasi das erneut, dadurch, dass wir ja in die Schule gehen. Und genauso passiert es mit diesem Prinzip Hoffnung, dass wir das auch immer wieder iterieren. Sei es durch die Kirche. Jetzt sind ja viele, viele Menschen aus den, du sagst Sekten, aus den Glaubensrichtungen ausgetreten. Aber wir iterieren es ja jetzt weiter. Wir iterieren es weiter, indem wir Projekte kreieren oder auch ihnen folgen, die genauso wieder mit dem gleichen Prinzip arbeiten. Dass wir Menschen folgen, Gurus folgen oder wem auch immer, wo wir spüren, der kann mir jetzt weiterhelfen. Aber ich gebe ja dadurch Energie ab an diesen Menschen. Und der Guru wird ja erst dann zum Guru durch die ganzen, die ihm folgen, weil die ihm seine Aufmerksamkeit, seine Energie schenken. Und das erhebt ihn auf die Bühne. Und wenn wir da wirklich wieder, da auch wieder einen Schritt zurückgehen, ganz achtsam mit uns sind und mit unseren, was will ich wirklich leben hier auf dieser Erde? Will ich mich leben oder will ich retten oder andere retten, mich retten? Dann ist das eine ganz andere Energie, die wir kreieren, in der wir erschaffen. Dann kreieren wir eben nicht mehr. Und das ist mir so wichtig, wieso wir jetzt gerade auch darüber sprechen, weil es so viele Projekte gibt, noch immer, die diesen Hoffnungskarakter in sich tragen. Die auch damit Werbung machen, die ständig über Worte, über Videos die Karotte der heilen Welt hinhalten. Und wir ja auch dann noch suggeriert bekommen, dass das Kampf im Außen ist, dass der Krieg natürlich ist, Israel. Natürlich, ich habe auch Freunde in Israel, die dort leben und das mitbekommen. Und gleichzeitig fand ich das so schön, weil dieser israelische Freund dann von Freunden wiederum von mir gefragt wurde, magst du was zum Krieg sagen, magst du was erzählen? Und dieser Mensch dann, der selbst in diesem Gebiet war, sagte dann, das war so schön, sagte dann, wieso soll ich dort gerade mit meinen Gedanken hingehen, wenn ich jetzt hier bin und hier ist Frieden. Und wenn wir das alle machen würden, dann bräuchten wir diese ganzen Spielchen, die dann außen passieren, überhaupt nicht mehr. Es ist nur, weil wir ständig in dieser Iteration von Hoffnung, von Glaube, von jemand kann mich retten und ich gebe meine Macht ab, das zulassen. Und das ist, glaube ich, das große Anliegen an dieser Folge des Podcasts, dass wir austreten aus dieser Schleife, dass wir einen Paradigmenwechsel zulassen und uns selber wieder beginnen, in den Mittelpunkt zu stellen. Und mit uns selber meine ich jetzt nicht unser Ego, sondern wirklich unser Sein, unser vollkommenes Sein, das wir jetzt eh, glaube ich, ausreichend in den ersten zwei Folgen besprochen haben, dass wir dieses vollkommene Wesen, das wir auch sind und geführt sind, dass wir das wieder in den Mittelpunkt stellen. Und wenn du so magst, ist das Gott, ist das der Schöpfer oder die höchste Intelligenz. Aber es ist etwas, das über all die Spielchen, die hier passieren, hinausgeht. An der Großteil unserer Mitbrüder und Mitschwestern ist ja gefangen, Matrix-System, wie man es bezeichnen möchte, ist gefangen in der Positionierung, ich bin, also was wir aus dem letzten Mal besprochen haben, ich bin, keine Ahnung, und geben sich in eine Schachtel, Mann, Frau, religiös, nicht religiös und so weiter, haben wir schon besprochen. Und haben dazu natürlich auch die Medien im Hintergrund, die ihnen unterstützen, ich würde sagen, entweder Hoffnung zu geben, oder aber in den Medien stellen uns ja Bilder, wenn, keine Ahnung, Flugzeugabschluss in Hindukusch, mein Gott sei Dank bin ich nicht geflogen, und da gibt es ja noch welche, denen ich jetzt noch beschissen aus mir. Also es gibt ja auch wieder Hoffnung für das eigene, dass es nicht so schlimm ist. Das ist ja das, was passiert. Und weil du es auch angesprochen hast mit der Geschichte, also mein erstes Studium durfte ich hier in Graz nach Karl-Franzens-Universität, also bis Mitte zweiter Abschnitt, da bin ich ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, die Geschichte, die hat so nie stattgefunden. Also diese Lüge von diesem Zeit-Kontinuum, also wir sind vom Affen, haben uns weiterentwickelt, und es wird immer besser. Nein, ich glaube, es geht nicht besser, es geht bergab. Ich bin ja oft gegeißelt von dem amerikanischen Fernsehen, weil ich gesagt habe, nein, 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 ich glaube nicht an das Ding. Das Leben ist bequemer geworden gegenüber dem Mittelalter, das ist keine Frage. Wir haben einen Geschirrspüler, wir haben eine Waschmaschine, wir haben ein Auto, wir haben keine Ahnung was. Es ist bequemer geworden, aber es ist nicht besser geworden. Es ist nicht besser geworden. Ja, es ist spannend, was du da gerade beschreibst. Besser und gut und so, das sind auch witzigerweise immer Worte, die mir begegnen. Wir, also ich bin ja noch immer in einem Projekt sehr engagiert und mit meinem vollen Sein wirklich dem zugetan, das abgeleitet ist von einer Vision des Guten. Und wir werden da oft gefragt, auch beim großen Kongress, den wir da in dem Rahmen veranstaltet haben, wieso wählt ihr das Wort gut? Bedingt es nicht auch oder lädt ihr da nicht vielleicht sogar das Böse ein? Und ich liebe es immer tatsächlich darauf zu antworten, weil ja, es ist eine Einladung, es ist eine Einladung, dass das vermeintlich Böse, und ich sage bewusst vermeintlich, gibt es denn das Böse tatsächlich? Und wenn wir all unsere dunklen Seiten, unsere Schatten gesehen haben, oder zumindest ein Großteil, ja, wir sind ja alle am Weg, aber einen Großteil da schon erkannt und gesehen haben und uns mit unserer Angst beschäftigt haben, können wir denn da wirklich das Böse einladen? Oder stehen wir da, stehen wir wirklich vielleicht sogar einladend davor und sagen, ich bin bereit, dir gegenüber zu treten und dir in die Augen zu schauen? Und damit spreche ich eigentlich in einem höheren Sinne auch von der Matrix, ja, die wir ja zum einen selbst kreiert haben und zum anderen da ja diese Form von Dualität, von Polarität, von Gut und Böse reingegeben haben. Und, ja, also ich finde es ganz spannend, was es auslöst, über Gut und Böse auch an der Stelle zu sprechen, weil Gut und Böse ja auch, und vor allem die Angst vor einem Bösen, wieder am Abgeben meiner Macht ist. Ich gebe etwas anderem, egal ob Guru oder das Böse, die Macht über mich zu herrschen. Also, und da mag ich jetzt gerade auch nochmal zurückkommen, du hast in irgendeinem der Podcast-Folgen nach dem Willen gefragt, ja. Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, das ist meine Wahrheit und es muss nicht deine sein, dass unser Körper, der hat 30 Billionen Zellen, ja, ungefähr. Und wenn jeder davon eine genetische Informationssequenz von Milliarden an Daten speichert, ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, ich habe mir das mal ausgerechnet, ja, mit anderen Worten, wenn unser freier Wille in jeder Zelle drin ist, in der DNA drin ist, wenn freier Wille unsere menschliche Evolution hervorbringt, entfalten lässt, ja, und wenn ich mir das ausrechne mit den 30 Billionen Zellen und wenn da jeder Einzelne angenommen 3,2 oder 3 Milliarden Daten oder mehrere Milliarden Daten speichert, ja, dann haben wir einen freien Willen, der uns ausmacht, in einer Länge von 100 Milliarden Kilometer, die uns ausmacht, freier Wille. Und dann kann mir irgendwie niemand erzählen, dass wir Opfer sind oder dass da etwas Böses gibt oder dass ich jemand anderen die Macht abgeben kann. Also das ist schon echt spannend und umgerechnet sind es übrigens 7000 Mal die Länge vom Mond hin und zurück, die unseren freien Willen in der Genetik ausmacht. und dann möchte ich noch mal über Hoffnung, über Macht abgeben oder über Opfer reden. Wenn man solche Zahlen sich mal verinnerlicht und auch fühlt oder bereit ist und zulässt, die zu fühlen und zu spüren. Ich meine, es ist ja in uns, das Gute und das Böse ist ja in uns, es ist ja beides in uns drin. Ich sage mal, manche haben einfach nur viel zu Schiss vor den Konsequenzen, um das Böse rauszulassen. Die unterdrücken es halt, aber im Brillen ist jeden. Ich kann eigentlich, ich habe früher, als ich noch in der harten Businesswelt war, ich habe Topmanager weltweit gecoacht. Eine meiner Einstiegsgeschichten war immer eine Studie zum Thema Narzissmus und, 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 es gibt unterschiedliche Fragen, Narzissmus ist auch so ein Wort, das ist, wenn man nicht mehr hören kann, aber einfach so ein Thema, wie entwickeln sich Menschen? Und da gibt es eine Studie, die ist echt spannend, die hat auch aufgezeigt, dass Menschen, die eine sehr gestörte Persönlichkeit haben, sagen wir mal so, und zwar diejenigen, die eine schlechte Erziehung hatten, also einfach in einem beschissenen Milieu aufgewachsen sind, ja, die werden Massen, die werden echt zum Mörder und sitzen in gewissen Anstalten und die das nicht, die eine gute Erziehung genossen haben, also so nach dem Motto Auge um Auge, sondern so macht man nicht, die gehen in Top-Positionen und leben es dort hinaus. Steckt in uns allen drinnen? Absolut. Und wenn ich nur mich schaue und in einer Beziehung eine passive Aggressität zeige, dass ich einmal durch mein beleidigtes kleinen Grollern-Sein einfach Kommunikation verweigere, ist das auch eine Form von Aggression. Also es steckt in allen uns drinnen. Absolut. Das ist alles in uns drin. Wir haben, also da, da bin ich ganz bei dir, da haben wir uns alle gleich geschaffen, die emotionalen Felder und die Bewusstseinsfelder, die wir pro Wesen kreiert haben. Ich glaube auch, wenn man das Thema retten ist, jetzt gehe ich ein bisschen aus Glattes, aber ob das jetzt Therapeuten sind, Psychologen sind, ob das in der Licht- und Sonne-Fraktion, wie heißt das, Licht- und Liebe-Fraktion ist, in dem Moment, wo ich immer, wenn ich andere retten will, lenke ich ja nur von mir selber ab. Ja. Absolut. Sich den eigenen Scheiß nicht anzuschauen. Ja. Das ist eine weitere Form der Ablenkung. Absolut. Absolut. Weil du vorhin Medien angesprochen hast, ich hatte vor einiger Zeit ein tolles Gespräch geführt mit dem Sir, nein nicht Sir, mit dem Captain Paul Watson, der Gründer, einer der Mitbegründer von Greenpeace, der dann ausgestiegen ist, als dieser Moloch in eine falsche Richtung gelaufen ist oder relativ schnell und so. Da habe ich auch so Zusammenhänge verstanden, wie manipuliert gewisse Hilfsorganisationen unterwegs sind, um Millionen von Geldern, also wirklich, also hunderte Millionen von Geldern zu generieren, was da für eine Marketingstrategie und Täuschung und Manipulation dahinter steckt. Ja, so ist es. Die arbeiten im Endeffekt genauso wirtschaftlich wie alle anderen, wie die Pharmaindustrie, wie alle Industrien, die eigentlich nicht, oder wir hatten zu Beginn ja auch die Ärzte, die eigentlich nicht wirtschaftlich denken sollten, sondern wo der Mensch, das Wesen, das Heilsein des Menschen im Vordergrund stehen sollte. Unglaublich. Aber wir haben auch immer erzählt, wie dieser Marketingmechanismus geht mit dem Rettersyndrom, so ein Thema, wo müssen wir die Welt retten. Die fahren ganz bewusst durch China, ich will die Welt retten. Ganz bewusst, ja. Ah, okay. Du meinst, die fahren quasi das über Marketing um die Menschen, die auch wahrscheinlich dieses Rettersyndrom in sich haben, anzusprechen, weil da kann ich ja zumindest einen kleinen Beitrag leisten, wenn ich da jetzt an diese Hilfsorganisationen spende. Mein eigenes Gewissen beruhigt. Das wird ganz gezielt gefahren. Das Logo Manntapreneur, das ist von meinem Lehrer, auch von meinem Lehrer Jeffrey Armstrong, der das im Begriff gewählt hat. Beide Beschäftigungen, also ich studiere bei ihm die Bhagavad Gita. Ich habe eine Neuversetzung gemacht und durch meine erste Studie in Gymnastik beschäftige ich mich gerne mit Wörtern, wie schwingen Wörter auf der Zählebene, aber auch was bedeuten sie und so weiter. Und das Wort Entrepreneur wird bei uns so verkauft, dass der, der etwas erbringt, eine Leistung erbringt, aber wenn man genau hinschaut, ist der Ausbeugt, also wenn man sich den Wortstamm anschaut. Und deswegen gibt es diesen Begriff des Manntapreneurs, der halt im Ausgleich steht und im Wohlwollen steht mit der Gemeinschaft und mit der Erde. Ja, schön. Die Idee des Manntapreneurs. Oh ja, da ehre ich auch die Ansätze, die es schon gibt. Es gibt ja auch die Ökonomie der Liebe, die kennst du wahrscheinlich auch von Pioniergemeinschaften oder Firmen auch. Seekam fällt mir da gerade ein in Ägypten, die das wirklich leben auch und wo es nicht immer nur um die Wirtschaftlichkeit geht. Was ja prinzipiell nicht schlecht ist, wenn man es nicht übertreibt. Genau. Und wenn man das Bedürfnis des Einzelnen wirklich auch noch in den Vordergrund stellt versus Gewinnmaximierung. Das ist halt auch, da wurde ich auch mal zum spannenden Kongress eingeladen und habe so mein Wirtschaftswissen quasi in Zusammenhang gebracht mit dem Bewusstsein. Und das ist schon spannend, wenn man das beleuchtet, die aktuelle Wirtschaftsmatrix einfach mal anschaut und schaut, wie das einfach, wie wir mit unserem Konsumverhalten auch dazu beitragen, mit jedem einzelnen Konsumverhalten, wenn wir in den Supermarkt gehen und im Endeffekt durch den Kauf von einem Lebensmittel ja gleich das nächste beauftragen, dass es wieder produziert wird, was wir ja gar nicht bedenken. Meistens viele denken sich, ach, jetzt kaufe ich das Nestle-Produkt einmal, einmal ist keinmal. Aber nein, das ist ein Auftrag, es wieder zu produzieren. Und wie wir da, wie wir, jeder Einzelne da, also ich nehme mich da auch nicht raus in manchen Lebensbereichen, da dazu beitragen, dass diese Matrix sich weiterhin erhält, weil sie eben genauso gedacht ist. Oder jeder Einzelne, der in einem großen Unternehmen die Karriereleiter nach oben treten möchte, auch der trägt dazu bei, weiter, schneller, höher. Genau. Tritt dazu bei und tritt nach unten, ja. Ja, genau. Da haben wir, glaube ich, schon unsere Erfahrungen gemacht, gell, in den Unternehmen. Ich komme also an diese Welt. Ja, wenn man zum Thema Welt retten, was du auch angesprochen hast, Konsumverhalten und so, ich bin für mich erkannt, zum Beispiel, dass ich allein durch mein Ernährungsverhalten den größten Beitrag leiste zum Umwelt. Also ich bin jetzt, wir werden jetzt über das Klima diskutieren, ja. Aber egal, also alleine wie ich esse, ist der größte Beitrag, den ich leisten kann. Der größte Beitrag, den ich leisten kann. Ob ich wirklich Dinge durch die ganze Welt karren lassen muss, weil ich im Winter jetzt Erdbeeren brauche als Veganer oder, keine Ahnung, die Papaya oder, oder was auch immer, das Ernährungsverhalten habe ich den größten Beitrag. Und da geht es nicht darum, ich muss vegan sein, wegen der Massentier zu langen steht. Also ich bin Fleischfresser, Leute, ihr könnt mich steinigen, kein Problem. Ich esse Fleisch, aber ich esse es nur von einem Freund, der den züchtet. Also, die fressen auch kein Soja, die Kühe leiden nicht, sie haben keine aufgelebten Bauern, die fressen Gras und die lassen ihr Leben auf der Weide ohne Schlachtoff, ohne Stress. Und wenn man sowas isst, trinkt man viel zu weit. Das Tier wird nicht durch die Gegend gekarrt, das Fleisch wird nicht durch die Gegend gekarrt, der importiert kein Soja aus Brasilien oder irgendwo, sondern die fressen das, was Mutter Erde so überstellt, das Gras. Übrigens, das natürlichste Fressmittel einer Kuh, das ist nicht Soja und nicht Getreide. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich meine so, man kann, man muss nicht die Welt retten, sondern man kann selber vor der eigenen Haustür kehren, wie es so schön heißt. Die ganze Zeit, sei es mit den eigenen Themen, sei es mit eben Hoffnung, will ich, dass wer andere mich rettet oder auch das nächste Coaching. Ich erlebe das ja auf Facebook die ganze Zeit, da werden so viele Coachings angeboten. Ich frage mich, wieso macht ihr so viele Coachings? Da gebe ich ja wieder meine Macht ab und ich sage jemand anderen, heile mich, rette mich. Also mit jedem Mal und mit dem Essen, ja, das sind diese Kleinigkeiten auch. Auch wie ich lebe, vom Stromverbrauch her. Also da kann ich in alle Lebensbereiche reinschauen. Absolut. Ja, Coaching ist auch so ein Thema. Ja, aber wie gesagt, die Kirche, die macht verloren, jetzt braucht man halt einen Ersatz irgendwo. Ersatz muss immer. Es geht, es geht, was ich so sehe, und bei mir war es ja manchmal auch so, wenn ich irgendwas aufgebe, habe ich gleich wieder einen Ersatz gefunden, bis ich draufkomme. Wenn ich, ist vollkommen egal, was du machst. Solange du nach Ersatz suchst oder Ersatz brauchst, ist es egal, was du aufgibst. Ja. Wieder eine Abhängigkeit. Das stimmt. Absolut. Ja, wie schön. Und weißt du, ich habe so gemerkt, in diesen ganzen Prozessen und eben das, was ich auch erlebt habe, und du kommst ja auch aus der Wirtschaft, ich war auch 15 Jahre in großen Konzernen und bin dann rausgegangen und jetzt quasi ein paar Jahre im Versuch, wirklich im Versuch, so Retterprojekte zu starten, die eben völlig nach hinten losgegangen sind, weil sie eben diese Energie trugen. Und ich merke darin, wenn ich so authentisch bin, in meinem Umfeld, in jedem Moment, du am Campingplatz, ich mit meinen Kindern, wo auch immer, ja, mit meinen Nachbarn und da genau das bin, was ich mir eigentlich als Paradies oder als Himmel auf Erden oder was auch immer im Außen wünsche, dann ist es doch der größte Beitrag. Und eben, da kann ich so viel bewirken durch so Kleinigkeiten wie eben Essen. Und das, also das, das reicht für mich eigentlich schon, also für mein Sein. da bin ich in der vollkommenen Eigenverantwortung und habe nichts abgegeben an Macht. Ich lebe meine Macht. Ich vertraue, dass jeder andere, und ich traue es jedem anderen zu, dass er sich selbst rettet oder sich selbst lebt, vielleicht noch schöner gesagt. das ist ein wichtiger Punkt, das Vertrauen ganz einfach. Gestern hat mich jemand gefragt, wollte er so ein Business-Coaching von mir haben, die baut gerade so ihr Geschäft auf und ein Business-Coaching. Wie schauen die Pakete bei dir aus? Sag ich, was meinst du unter Paket? Na ja, wie viele Einheiten und so? Also ich sage, ne, ja, wie oft macht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, dass das, was in dir steckt, da draußen kommt. Keine Ahnung, einmal, zweimal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und viele Leute glauben ja, ich glaube, das ist einfach unsere Gesund-Grunds-Heldschaft. Egal, was es ist, egal, was es geht, wir wollen immer was haben. Wir sind erzogen worden, du kannst alles kaufen. Du kannst alles kaufen. Egal, du hast Hunger, kauf was zum Essen. Wer kann heute noch selber für sich selber sorgen? Wenn es einen Kollaps gibt, wer kann unter dem Supermarkt noch überleben zum Beispiel? Also nicht Essen kaufen, sondern kannst das selber produzieren, kannst das selber jagen. Ich stehe dazu, ich schlachte Hühner und Karnickel. Ich kann das. Aber kannst du das selber? Wir sind so erzogen worden, für alles gibt es eine Lösung. Und wenn ich da habe, da brauche ich einen Pulverl, da brauche ich einen Coach, da brauche ich einen spirituellen Meister. Keiner will wie erst selber was tun. Jeder will die Abkürzung, jeder will die Wunderbilde haben. Ich kann nicht, was es ist. Ja. Schnell muss es gehen. Ja. Es war bei mir früher auch so. War noch nicht so lange aus, vor einigen Jahren, als ich eine Partnerin hatte, die mich so ein bisschen zum Thema Emotionen hingeführt hat, dass ich Zugang kriege, habe ich gesagt, ja, ja. Und dann habe ich verstanden, das ist warum, du kennst doch das Formatsystem, das Warum, das Was, das Wie und Was Wenn. Also wie wir lernen. Also zuerst brauchen wir eine Motivation. Warum? War klar. Jetzt als Mann, was muss ich tun? Sag mal, was ich muss tun? Okay. Wie muss ich es tun? Eben nicht dieses ins Vertrauen gehen und ins Sein zu gehen, sondern einfach, ja, Lösung. Okay, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Das heißt, wo kann ich mich festhalten, wie kann ich meine Kontrolle über den Prozess, und das geht jetzt ja darum, wie kann ich die Kontrolle über den Prozess behalten, die vermeintliche Kontrolle? Und ich glaube, das ist eins, wie du das siehst, liebe Priska, das ist eins unserer Dinge in unserer Gesellschaft, wir wollen alles immer kontrollieren können und vergessen dabei aufs Leben. Ja, und was steckt hinter der Kontrolle? Die Angst. Die Angst. Weil was ist, wenn wir uns fallen lassen? Ich mache zum Beispiel super gern für mich selbst, aber auch in diesen Erfahrungsräumen, die ich so aufmache, egal ob in der Höhle oder wo auch immer, mache ich gern oder gebe ich gern dieses Bild. Was ist, wenn du jetzt von einem ganz hohen Berg dich fallen lässt? Und dann beginnen die mal zu visualisieren und da reinzugehen in solche Bilder und sich da wirklich mal fallen zu lassen in ein Nichts, das, wow, das macht so viel auf, ich muss das nicht mehr kontrollieren. Und das, muss ich ja sagen, die Dichte, die wir uns ja oft erzeugen, so auch in dieser wundervollen Krönchenzeit, die Dichte, die erlaubt es uns ja oft auch, aufzumachen auf einmal. Also das sind ja viele Menschen auf einmal, haben gemerkt, wow, hier wird Kontrolle ausgeübt. Und dann ist auf einmal in diesen Menschen weiter entstanden. Also wie schaffen wir es, da wirklich uns fallen zu lassen und zu vertrauen, dass es diese Kontrolle gar nicht braucht, weil es ist eh nichts kontrollierbar in Wahrheit. Und wir haben ja in der Dichte auch immer wieder gelernt, wir können planen, wir können Dinge aufsetzen, aber es kommt dann eh ganz anders, wie es ist. Ich habe jetzt auch das Thema, müssen wir die Welt retten, aber ich habe vorher besprochen, ein bisschen was hat es mit dem Ego zu tun, ja, ich werde gebraucht, ich bin nützlich, ich werde gebraucht, aber es hat auch damals zu tun, wenn ich irgendwas gefühlt habe, irgendwas läuft mir gut, ich möchte es retten, das hat auch damals zu tun und deswegen auch das Thema Kontrolle. Ich habe Kontrolle darüber und ich glaube Kontrolle darüber zu haben, weil ich einen Beitrag in irgendeiner Form leiste. Ja, natürlich. Ohne zu glauben, dass es sich von selber auflöst, weil es überhaupt was zum Auflösen gibt. Ja, ja. Also Kontrolle und was da halt auch aus meiner Erfahrung mitspielt, ist einfach ein riesengroßes, ich mag immer das Wort Ego nicht, aber ein riesengroßes, eine riesengroße Stimme in mir, die sagt, ich bin jetzt gerade das Wichtigste auf dieser Welt und was ich, und da mag ich immer dieses Bild von einem Kreis, also wir Menschen sind ja eine Menschheitsfamilie und für mich stehen wir immer im Kreis. Und das bedeutet ja sinnbildlich, die Mitte ist frei und in der Mitte ist das, was sich in unserem Menschsein, individuell, aber auch kollektiv entfalten möchte. Und wenn du so magst, hat da auch auch die Schöpfung, die höchste Intelligenz, sein Entfaltungsraum. Und wir sind eigentlich nur die, die da sind, die den Raum halten, die Zeuge davon sind, die mitspielen können, so wie sie es wollen. Und die Welt retten bedeutet allerdings, ich stelle mich in die Mitte von so einem Kreis und sage, ich kenne den Weg, ich weiß, wie es geht und ich traue es euch anderen nicht zu. Und wenn wir da allerdings wieder vom Bewusstsein her immer wieder zurücktreten und sagen, okay, ich bin einer in diesem Kreis und ich vertraue, dass ich meinen Weg gehe, ich vertraue, dass du rechts und links von mir und gegenüber und dein Weg gehst und dass sich alles andere genauso weiß, wie es da ist. Und gleichzeitig bin ich ja auch, das ist ja nicht, das ist ja auch alles verbunden, das heißt, ich bin ja auch mit dem, was in der Mitte stattfindet, verbunden, ich bin ja Teil davon. Und das heißt, jetzt wieder zum Willen zu kommen, zum freien Willen zu kommen, wenn ich meinen Willen in aller Klarheit da auch einsetze, dann kann ich da auch sein und gehen und kann trotzdem Teil der Menschheitsfamilie sein, ohne dass ich mich da irgendwie in die Mitte positioniere. Absolut. Ich möchte noch ein Thema mit reinbringen, Priska, ich habe mehrere Gespräche und geführt zum Thema Sucht, Suchtverhalten. Vor allem, wenn ich in einer Partnerschaft bin mit jemandem, der Suchtverhalten hat, keine Ahnung, ob ich der Alkoholiker ist oder eben, da geht es ja auch um das Thema den Partner retten wollen, was ja überhaupt nicht funktioniert, sondern geht es ja eher selber auf sich zu schauen und dann auch mal sich eingestehen zu wollen, loszulassen. Wie siehst du da das Thema retten des Partners? Spannende Frage, die du mir jetzt in meiner aktuellen Lebenssituation gerade stellst. Ich sehe das genauso, wie ich es vorher auch eigentlich in allen Worten wiedergebe. Ich lebe das, was ich sage und ich erlebe auch walk your talk. Also alles, was ich sage, darf ich dann auch selbst leben. Alles andere geht eben kompromisslos nicht. Ich halte nichts davon, den Partner zu retten. Ich habe das auch schon erlebt, auch Partner mitzuziehen oder so zu sagen, schau mal, komm, wir machen das gemeinsam. Das kann man für eine gewisse Zeit in der Liebe und in der Hingabe tun. Und dann gibt es so einen Punkt, den kennst du mit Sicherheit auch, dann gibt es so einen Punkt, wo man merkt, okay, jetzt gebe ich mich auf. Also jetzt ist es wie der Punkt überschritten, wo ich dich mitnehmen kann, wo ich dich retten will, wo ich mich vielleicht sogar, das ist ja auch oft drinnen, mich für dich aufopfere, wo ich Kompromisse eingehe. Jetzt darfst du deinen Weg gehen. Jetzt ist es umso wichtiger. Und das passiert ja dann auch oft, wenn man einen Schritt zur Seite treten von unserem Partner, dass der dann auf einmal wieder erwacht, weil da hat ja auch ein Spiel stattgefunden von eben, ich traue es dir gar nicht zu. Also wenn du irgendwie in Sucht oder so bist, ich traue es dir gar nicht zu, dass du aus deiner Alkoholsucht rauskommst und nicht jeden Abend trinkst, weil es schon immer so war. Und das ist oft so unbewusst. Und im Auseinandergehen und bewusst zur Seite treten und der muss auf einmal, der Partner, der in die Sucht war und irgendwas kompensiert hat, der muss da auf einmal hinschauen. Das ist ja eigentlich die Heilung pur, die dann passiert und die wir uns dann schenken. Und dieses Geschenk darin zu entdecken, das ist natürlich, gebe ich zu, Meisterschaft unseres Seins, aber das ist so wunderschön. Und das ist, und das, und das haben wir leider oder viele von uns noch nicht erkannt, das ist eigentlich Liebe in höchster Form. Absolut. Ich glaube, die Andrea war es in einem Podcast ja schon gesagt, sie verwende nicht das Wort Sucht, sondern Suche nach Liebe. die Liebe in irgendeiner kompensiert sind in einer Form und wie du richtig sagst, man vergibt dem Anderen die Chance, sich selbst zu heilen, wenn man es ihm unbewusst nicht zutraut, wenn man da ist. Absolut. Und auch kompensiert, also ganz unbewusst, auch wenn man es gar nicht oft will, passiert da viel Kompensation. Und wenn man dann erst einen Schild zur Seite macht und sich das Konstrukt, das man vielleicht 20, 30 Jahre lang gelebt hat, anschaut, dann fällt einem das erst auf. Und dazu muss man aber erst mal den Schritt wagen. Naja, im Prinzip kommen ja zwei Süchtige zusammen. Der eine auf der Suche nach Liebe im Sinne von er kompensiert es mit was auch immer. Und der Anteil der Süchtige ist nach Anerkennung und Wertschätzung mit dem Helfersyndrom. Also im Prinzip sind es zwei Süchtige. Absolut. Ja, hast du schön schön analysiert. Eine Gesellung, die anerkannt, eine Gesellung, nicht anerkannt. Das ist der einzige Unterschied, aber es sind beide Süchtige und beide Gefangenen darin. Ja. Und ich finde es dann immer so schön, ich mag da jetzt gerade noch einen Schlenker auch hinbekommen zu dem, wo wir ja auch dann im vierten Teil mit Coco Tasch drüber sprechen wollen. Ich finde es dann immer so schön, wenn Menschen, egal eben durch welche Geschichte, sei es jetzt so eine partnerschaftliche Geschichte, sei es durch ein Projekt, durch die Kinder, durch was auch immer, drauf kommen, wow, okay, ich werde wieder auf mich zurückgeführt. Es gilt, mein Leben zu leben. Es gilt, mich auf mich zu fokussieren, mein vollkommenes Sein, meine Präsenz hier auf dieser Erde zu sein. Und ich liebe es dann immer, wenn in dem Moment diese Potenziale der Menschen, die Fähigkeiten und diese Gaben sich zeigen und auf einmal wie so rausploppen und so, ah, das kann ich ja auch, ah, das kann ich auch, ah, das kann ich auch, das bin ich auch. und dann beginnt so eine Neuidentifikation, wir hatten das ja, glaube ich, über die Stille, dann beginnt so eine Neuidentifikation und eigentlich, wenn du so magst, fast eine Wiedergeburt, die nach Trennungen, nach vermeintlichen Trennungen, ich mag das Wort nicht, und Loslösen von Menschen, von Projekten, von Dingen, von Anhaftungen, passieren, das ist eine Neugeburt. Absolut. Ich habe das für mich auch erfahren, also damals, nach der letzten Trennung vor zwei Jahren, ah, dann habe ich erst wirklich Zugang zu den Themen bekommen, die vorher angestoßen wurden, aber ich habe mich immer darauf verlassen, dass ich die Lösung, die Lösung, aber einen Lösungsweg zumindest bekomme und dann muss ich mich selber drüber kommen und ich habe das total spannend gefunden. Es ist so wichtig, Platz, auf die Seite, wie soll ich sagen, auf die Seite zu reden, Platz zu machen. Ich habe damals ein Unternehmen aufgebaut, vor vielen Jahren und habe dann meinen Wohnsitz verlegt, oder meinen Wohnsitz, ich weiß nicht, wie man das, oder meinen Aufenthaltsort, wie auch immer, habe ich verlegt, in den Süden und bin dann weg gewesen, also nicht weg, aber halt nicht mehr permanent verfügbar für meine Mitarbeiter und da sind so viele tolle Führungskräfte entstanden, weil endlich Platz da war und der doch dominante Roland, also im Business kann ich sehr dominant sein, und sehr klar sein, aber einfach Platz gelassen hat und die anderen konnten wachsen und mussten auch wachsen, klar, weil ich immer zur Verfügung war und ich glaube, das ist mit allen Themen so, Vertrauen zu haben, zuzulassen, Platz zu machen und dann, es wird sich schon richten, und das ist so schön was. Ja, Richten, Richtung, göttliche Ordnung, wie ich immer das nennen mag, die tritt dann ein, sobald wir zurücktreten und das bedeutet halt manchmal, dass wir von unserem wunderschönen Thron oder unserem wunderschönen Zuhause oder was auch immer, dass wir uns kreiert haben, runtertreten dürfen, wegtreten, zurücktreten. Wie kann ich helfen? Ich habe gesagt, geh einfach auf Zeiten. Danke, du machst das in aller Einfachheit, Roland. Ah ja, wirklich. Okay, ja, passt, ich stehe jetzt gerade im Weg. Manchmal stehen wir uns einfach selber im Weg. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Riska, war wieder total toll. Vielen Dank dir. Ciao. Tschüss, alles Liebe. Danke ebenfalls. Ja, liebe Zuschauer, das war die Riska zum Thema müssen wir die Welt retten? Und ich denke, es ist nach diesem Gespräch klar geworden, in welche Richtung es geht, wo es hingeht. Es geht nicht darum, die Welt zu retten, es geht nicht darum, gebraucht zu werden, Kontrolle zu halten, zu haben, sondern ins Vertrauen zu gehen. Ich freue mich über deine Meinung dazu, über deinen Standpunkt. Schreib es in die Kommentare rein, wie du das siehst, das Thema, wie du damit umgehst. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn es wieder gefallen hat, wenn du den Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Danke nochmal. Alles Liebe, Roland von Roller Media. Ich wünsche dir was. Ciao.